Wie geht's dir, alter Freund? Es ist lustig, dass wir hierher kommen. Mein Vater stirbt in einem feld in Pennsylvania, in diesem Ort. Hast du das? Many times. Ich sehe, dass ich dich abholt habe, Arthur. Abholt habe ich mich. Wir haben Menschen da zurück. Wir haben heftige Ideen, Arthur. Wir versuchen, die Gesellschaft zu reformieren, in eine einfache, einfache, bessere Weise. Ja, ja. Fisch ist da auf jeden Fall viel drin, ja. Aber auch die Illusion damals von den Leuten, ne? Wir gehen jetzt nach Amerika und werden freie Männer und benehmen sich dann da, machen alles, wie sie wollen, zur Hauptsache frei sein und waren der Meinung, es würde immer so bleiben. So ein Schwachsinn. Dass da nicht irgendwann mal Leute wieder reinkommen, um da Ordnung reinzubringen, Gesetze und so weiter. Dass nicht jeder das machen kann, was er machen möchte und nicht jeder wirklich einfach irgendwie frei leben kann oder darf. Hey! Old Girl! Komm mal runter hier! Wollt ihr uns diesen Krick, den du in die Hände hast? Okay. Du siehst nicht zu großartig, mein Freund. Ich dachte, dieses wärmeres Wetter würde... Meine Tage seien gut, über den Dutzen. Es ist Hosea, oder? Ich habe immer träumt, um dich zu spüren, und dich zu spüren. Komm mal, Hosea! Lass uns fischen! Okay, Damen und Herren! Lass mich euch zeigen, wie es ist. Wir sind jetzt halt ein Stückchen weiter südlich, deswegen haben die jetzt ihre Jacken ausgezogen, weil das nicht so warm ist. Ich mag meinen Mantel aber. Der sieht so badass aus. Sieht aus wie... wie John Wayne. Oder Eastwood. Clint Eastwood. Ja, echt, ne? Der will doch nicht angeln gehen. Der will doch nicht nur angeln gehen. Ja! Wo waren wir? Das hat er jetzt schon wieder vor. Weil ich noch ein bisschen rausgekommen muss. Ich und der alten Guard. Bevor alle von ihnen da hinten... Oh, da waren wir. Die lustige Familie und der unruhliche Sonne. Es fühlt sich gut hier. Du hast gut gemacht, in diesem Ort, Arthur. Mehr Charles und ich. Es ist wie, ich kann wieder zu spüren. Ich habe das Beste zu spüren. Ich bin wieder. Ich bin wieder zu spüren. Ich bin wieder zu spüren. Somewhere where nobody will find us, where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you, of course. Still, we do need money, so keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich, simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish and we enjoy the day. It looks like a law behind me, playing cool. Hello, gentlemen. Hello. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. What? Trawlawney? Zielen? Nein, nicht zielen. How are you boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagy McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scott? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir. What did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we... Can we just... I wouldn't do that if I were you. I... Shit. I... The Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Yeah, yeah. Come on, hurry up. Ich glaube, Dutch möchte sich hier irgendwie... Will you relax for not losing them? Yeah. Professor, come on. What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what do these fellas want it for? Looks like a son of a bitch gonna make it. You sure I can't just shoot them? No, did I not say that? You said 20. Okay. We're going to go, deputy. We're going to go, deputy. Oh, 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 oh. Oh, idiot. Now get after the others. Come on. The train is slowing down, to go through the station. Now is our chance. See if you can get along with the train. Yeah, yeah. I can get along with the train. I can get along with the train. I can get along with the train. Get us as close as you can. Yeah. You think you can jump on there? Hey, why me? Because you ride like my grandmother. Ha, 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 ha. Oh, oh, oh. Schlägerei here. Hey, weh. Ich verliere meinen Hut. Das ist genug. Verdammt. Er ist am Bahnhof. Noch einer weniger. Noch zwei, glaube ich. Ich glaube, Dutch will sich wirklich einschleimen hier beim Sheriff in der Gegend. Damit der schon mal nicht skeptisch wird uns gegenüber, sondern gleich jetzt so den Eindruck hat, als wären wir hier die netten Bürger, die ihr gleich mithelfen, fiese, fiese Verbrecher wieder einzufangen. Scheiß, Bulle, ey, wie redest du denn eigentlich hier, ne? Mit den Gesichtshütern. Okay, der ist auch wieder unten. Ich hoffe, der ist nicht gestorben dadurch. Das ist der letzte. Ja, ich glaube ja. Oh, abgehangenes Fleisch. Er hat ein Messer. Oh. Ich glaube, der Zug hält an. Au. Ach komm, ey, der zerschneidet immer mein Gesicht. Block doch mal. Der, der tötet mich gleich. Alter. Ich muss genäht werden, glaube ich. Ja, wenigstens ist das Messer jetzt weg. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht nächstes Mal auch das Messer vielleicht aus der Hand schießen können, ey. Hallo? Ist alles alles okay in da? Nein. Ich glaube, er ist tot. Alter. Alter. Ich glaube, ich habe den Krieg gewonnen. Ich habe ein leicht, leicht zerschnittenes... Nein, ein leicht zerschnittenes Gesicht, habe ich. Jetzt heb doch mal den blöden Hut auf. So. Okay, die Schnitte gehen schon wieder weg. Gott sei Dank. Ich hoffe, die würden für immer bleiben, dann würde ich entstellt aussehen. Muss ich jetzt den Typen mitnehmen? Auch nur aufheben, ey. Auch noch hier. Schwere körperliche Arbeit. Geht er mit einem Messer auf mich los, ey. Was sind das für Tyrannen? Haben die keine Waffe? Sieht wie eine Komotion. Ist das ihn? Ich hoffe so. Der alte Anders Andersen. Was ist denn jetzt? Geh ihn rein, komm. Natürlich wieder auf mein Pferd. Warum nicht auf deinem? Du bist der Boss. Das war sehr beeinflusst, Herr. Ich muss mich sagen. Ich hätte mich nicht zu sagen, dass du selbst 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 beherrschst. Ja, ja. Ich würde das nicht genau sagen. Du bist mit dem Bereich hierherrschst? Nein, nicht wirklich. Auf der anderen Seite, hier, diese Tabakko-Fields? Das ist Teil des Kalagau Halls, der größte Stadt der Greifamilie. Das sieht gut aus. Ja, wir sind in der Nähe von etwas Rädern hier, lass ich euch erzähle. Die Greys haben in Kalagah Hall gewohnt seit einigen Jahren. Fine, Leute. Meine Familie hat sich für sie gearbeitet seit Jahren. Sheriff Greys ist derjenige, der ich am besten weiß, natürlich, aber sie haben die Unternehmen in der Stadt. Welche Stadt? Röde, Sir. Du wirst nicht wissen, wo wir jetzt gehen? Es ist nicht so, wie es vor der Krieg war, aber es hat seine Charme. Ich bin sicher, dass du bereits von den Braithwaiten kennengelernt hast. Das war dieses Riesenanwesen, wo ich schon mal war, wo die Wachen davor waren, ne? Da waren noch auch so große Tabakfelder links-rechts. Ja. Das große Anwesen sollen also schlechte Menschen sein. Meistens so, wenn welche so viel Geld haben, dass sie ein bisschen kacke drauf sind. Okay. In Rhodes sollen wir keine Waffen benutzen oder Unruhe stiften in der neuen Stadt. Habe ich oben schon gelesen. Halt. Da müssen wir kurz die Kamera ausmachen, hier werde ich mich mal gerade selber oben sehen. Das ist Rhodes, ne? Hallo. Hallo. Hier ist die Gegend auf jeden Fall schon wieder staubiger und wärmer. Erinnert so ein bisschen... Okay. Das erinnert, dass... Ja, ich will nur gucken. Das hier erinnert so ein bisschen an das Louisiana-Gebiet. So, die ganzen... Die ganzen Plantagen auch, dieses große Anwesen. Dann auch hier die Art, wie die Gebäude gebaut sind. Könnte so ein bisschen Louisiana-Style sein oder so. New Orleans. Bisschen staubig. Vielleicht noch Sumpfe in der Nähe. Das ist das Sheriff-Office? So ein klein? Das ist das kleinste Gebäude hier, ey. Guck mal, das ist ein Doktor. Mr. Gray! Wir haben ihn. Sehr gut. Ich habe dir gesagt, Arthur würde es gelten. Der Mann hat eine Passion für Justiz. Das ist wunderschön. Also, über meinen Freund hier? Dein Idiot-Friend ist frei, um zu gehen. Aber keine Probleme von dir, Partner. Ich promise Sie, das war alles nur ein ganzes Verständnis. However, ich möchte Sie von der Bühne von meinem Kopf bedanken. Ich will pretend zu verstehen, dass. Mr. McIntosh, es ist ein echtes Glück. Die Mostly Good-Citizens von Rhodes, wir willkommen. Well, wir sind nur froh, dass Sie hier sein können. Make Ihre Freundin behave. Wir haben genug Probleme von den Rezonen. Oldtimers, die leider haben, leider zu Seed, und verloren ihre Dignität. Wie schrecklich. Kommt, jetzt. Ich will keep diesen Mann auf den straight und narrow. Kommt, und sehen Sie uns bald. Excuse mich, gentlemen. Bo, es besser wäre ugly rummings. Ist es wahr, dass Sie das witzige Penelope Brathwaite gesehen haben? Ich kann nicht, dass Sie genug sind. Wo Sie sind? Around. Und wo Sie stehen? Ich bin ein Rennen. Ein Caravan. In der Nähe von der Stadt, hinter der Kirche. Es ist schrecklich, aber niemand kommt. Der ganze Stadt ist in dieser interminable feud zwischen den zwei Familien. His lot, Gray's, und Brathwaite's. Interessant. Two old plantation houses, and falling out of rebel gold, and marrying cousins, or not marrying Arthur. That's it. Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounties. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take them months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Will you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Wie der wieder in den Käfig gelandet ist, ey, unglaublich. Das letzte Mal haben wir ihn ja gesehen, als wir Sean von den Kopfgeldjägern befreit haben, den Typen, den Forlorni. Okay, so diese zwei Plantation-Familien. Arthur, du beginnst zu über den Greys-Plägern, sehen, was die Geschichte ist da. Okay. Ja, ich habe es vorhin mit unserem Freund, Archibald. Gut. Hosea, du siehst, was du über diesen Brathwaiten findest. Okay. Okay. Zwei große Sippen. Was wollt ihr machen? Angeln gehen? Einladung ablehnen? Wie, angeln? Ja, komm. Boah, dieser ganze Staub. Hosea, warum kannst du uns nicht zu diesem Ort, in dem du sprach warst? Ich liebe dieses Ort. Okay. Mal sehen, ob wir mehr Erinnerung anbieten können. Zwei große Sippen kämpfen also hier um die Leitung der Stadt, so reiche Familien. Die Greys und die irgendwie anderen. Willst du jetzt weitergehen oder nicht? Ich weiß noch nicht wohin. Ich dachte, wir sollen Hosea folgen. Okay. 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 Okay, okay. Es könnte auf jeden Fall so Louisiana-Style sein hier. So Hillbilly-Gegend. Die Häuser würden das so schon hergeben. So how far is this creek? Es ist ein bisschen eine Runde, aber es ist nicht ein creek. Es ist das gleiche, wie wir auf einem anderen Pied. Es wird es wert. Ich habe ein paar große Drum und Sturgeon dort gesehen. Es sollte rockbass, blügel, perche, und auch ein dicker. Es ist ein guter Ort. Wir sehen, ob du so gut an fangen, als du an fangen, als du an fangen, Arthur. Trelawney owes mich für das. Trelawney owes alle für etwas. Aber seine Informationen ist gut. Plus, wir sind jetzt mit der lokalen Verordnung ingratiiert. Ich würde sagen, es war eine wertvolle Diversion all around. Hey, dumm! Aus dem Weg! Trelawney ist wie ein schlechter Penne. Ich bin nicht sicher, wie gut ein Magistin er ist. Aber er wird sicherlich gut, wenn er es aussehen kann, wenn er es so fühlt. Wo geht er? Wo geht es? Everywhere und aufhangen kann, es scheint. Wir würden ihn nicht wiederholfen, wenn er nicht weaselig ist, wenn er so weit ist. Hey, Dutch. Erinnerst du die Zeit, dass du ihn in der Outhouse findest? Oh, ja. Wir haben ihn nicht gesehen in Wochen. Wir sind in ein paar Stadt in der Mitte des Nichts. Ich weiß gar nicht den Namen. Du und Bill, wir sind etwas zu tun, Arthur. Also, wir holen ein paar Supplieren. Ich versuchze mich, öffne die Tür, und da ist Trelawney. Sitten da, newspaper in hand. Herr Van der Linde. Ich sage, was du hier machst? Und er sagt, ich könnte dir das gleiche Frage fragen. Wenn du mir ein bisschen Privatsch hast, habe ich ein Rotten Oyster. Tja, wer weiß das schon so genau. So, was Trelawney gesagt hat über diese Bounty Hunters? Was denkst du? Ich habe dir gesagt, ich habe seit Jahren Bounty Hunters gehabt. Wann war das letzte Mal, dass ich keinen Preis auf meinem Kopf hatte? Sieht ein bisschen größer, Dutch. Superagents! Das ist nur Trelawney über Egg und den Pudding, wie der Showman er ist. Das ist der Spot. Auf der Seite. Specialagents heißt das, Mensch. Nicht Superagents. Das ist hier die Gründung des FBI. Federal Bureau of Investigation. Der Einzige, die ich kenne, ist Mulder und Scully. Okay, hier haben wir also das andere Ufer. Können wir vorhin hier aus unserer... Da hinten ist auch ein Boot. Nach... äh, die Richtung da hinten müsste, glaube ich, unser Lager sein, ne? Wenn ich mich recht erinnere... Da eh die Insel da, da hängen irgendwo in der Nähe... Hier fahren wir jetzt mit dem Boot raus. Okay. Lass mich doch so durch, Dutch! Mann! Komm her, Arthur! Komm her in der Wasser! Huh? Oh, oh! Ich habe ein guter Gefühl über Fisch hier. Es soll sich sein, dass ein Sturgeon unglaublich ist. Oh! Okay, hier geht's. Eee! Roll, roll, roll the boat. Let me roll. You boys are too old for real labor no more? You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. I tell you, sir, the deeper water. And pray for good luck and stupid fish. Wo sind denn unsere Angel-Ausrüstungen? What about stupid luck and good fish? That'll do too. Keep going. Und, und, okay. Dankeschön. Natürlich haben wir hier noch keinen Dampfmotor dran oder so. Ich denke, hier ist gut. Okay. Good luck, gentlemen. Drei... Ich mach doch gar nichts. Du musst wirklich hier in der Nacht oder in der Nacht kommen. Das ist, wenn du den besten Fisch bekommst. Wir sollten eine Gästeuseleute nutzen. Das wird uns eine viel bessere Chance geben, etwas großem großem wie ein Sturgeon. Wie stark mit dem kleinen Wurm. Wurm sind gute Fisch für Zettelers, wie Glugel und Rockbass, aber du musst echt glücklich sein, dass du einen Sturgeon mit einem spielst. Dann ist das so. Du hast den Experten gehört, Arthur. Lass ihn auf. Geh die Lur an, langsam auf dem Wasser, so wie ein kleiner Fisch, nur um ihn zu essen. Okay, zurücksetzen. Warte doch nicht gleich raus. Kurz wollte ich nur... Drei Männer in ein Boot, die alle ihre Rute draußen haben. Das ist auch furchtbar. Hast du versucht, dass deine Lur wie ein totes Fisch zu machen? Sie werden nicht interessiert, wenn es nicht bewegt. Komm schon, Arthur. Du kannst nicht wieder weg. Ich habe einen. Ach, ich hätte diesen einen gehabt. Schön, wir haben ihn geangelt. Da ist er. Das fühlt sich wie ein Biss. Ha, hab dich getroffen. Verdammt, ich habe ihn verloren. Tja, ihr seid echt nicht die Angler, ne? Passt mal auf gleich, dass ihr ihr vor Augen machen werdet. Wenn ich ihn hier draußen habe. Das ist der Größte, den ich hier habe. Ey, 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 wo will er hin? Jetzt wieder leicht einholen. Ruhig. Ruhig. Oh, Vorsicht. Komm mal hier weiter rüber. So weit war ich doch gar nicht draußen. Da ist er. Guck mal, ich kann ihn schon sehen. Boah, das ist ein Riesenviech. Bestimmt 6 Kilo. Ganz schön agil, der Kleine. Was ist denn das Rote, was da hinten steht? Guck dir das mal an, ey. Hier geht's. Gut gemacht, Arthur. Sie können viel größer als das. Der Mann sagte mir, dass er mal einen Monster-Lake Sturgeon nahe der Maut der Römer sah, nur im Südwesten von Saint-Denis. 50 Pounder, glaubst du? Ich würde das gerne sehen. Genau, erstmal schön in die Tasche packen. So. War's das? Können wir jetzt abhauen oder so? Müssen wir noch weiter an den Seekühler ein? Ja, was er ja? You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with three beautiful bass? Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week. Arthur and I are at the market. And Fishmonger calls out. So how did you enjoy those bass? Hehehehe. You can fish. Or you can go drinking all day. Rob someone. And buy some fish. That's on the hook, Arthur. Yeah, when man Fische kauft, ist das ja nicht mehr selber gefangen. I used to go fishing with this fella back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing, when we see a funeral process going over the bridge. And out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then, he sits there and picks his rod back up and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. So, where will he go? So, where will he go? Has Dutch already got something out? Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. Oh, he had some spirit though. Never lost the puppy in him. Right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point in us trying to get back that way any time soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Yep. Holy shit, der ist aber echt hartnäckig, ey. You know you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way. And she, me and hers, somehow, even from the grave. She managed to have the last laugh. Okay. Hey, I reckon we call her today, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent hall here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat. Not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right. I got one for you. I asked that gal to give me something. I asked that gal to give me some. She says wait till the tailors is done. I couldn't wait till the tailors was done. I couldn't wait till the tailors was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd pass her by. I wish to God I'd pass her by. Tater got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing. What? Well, look at us. Three mariners. Ah, of course. Well, we these three poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round-a-round-a-round-a-round. Shall we go dance this round-a-round-a-round. And Nicky Dan is a bully boy. Come pledge me on this round-a-round-a-round-a-round. We care not for the martial men that do our states disdain. But we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round-a-round-a-round. To them we dance this round-a-round-a-round. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back kick. Think we have too much fun. Indeed not. Doing good. All right! All right, all right, all right! I think... I... Well, I mean, we... Gonna be okay. I know... I always know... Whenever I got... You two by my side... Things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well... I'm going to take the view. Okay. Er genießt die Aussicht. Okay, Leute! Das war heute mal ne... hier... Der neue Süden. Eine richtig lange Folge. Einen guten Tag hier im Spiel den ganzen Tag rumgebracht. Mitangeln. Mit... mit singen. Verbrecher noch gefangen. Cool. Mir hat's gefallen. Also, Leute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Bei der nächsten Folge hier. Mit Arthur Morgan. In der neuen... Gegend hier. Ich bin gespannt, was wir dann noch erleben werden. Wir müssen die reichen... Reichen... Ranch-Sippen da ausspionieren. Um zu gucken, wo man da vielleicht Geld holen kann. Also, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Ciao, ciao! Die Frau in Port! Und du liefst das, hast du? Sometimes. Und du liefst das, hast du? Und du liefst das, hast du? Du liefst das, hast du?